Musik Herr Stadtler, was macht die Firma Gumatec so besonders? Wir sind seit mehr als 20 Jahren, seit 1993, einer mit der drittgrößten, innovativsten Gummikettenhersteller für Europa. Sie haben Innovation schon als Stichwort genannt. Was gibt es denn an Innovation? Gehen wir mal rüber, zeige ich Ihnen gerne am Bildschirm. Machen wir gerne. Also sehen wir hier jetzt schon die Innovation? Wir sehen jetzt hier schon die Innovation. Hier haben wir unsere AVT-Kette Antivibrationstreck. Das heißt, wir sind hingegangen, haben von den Standardketten eine besondere Führung eingebaut, was der Baggerfahrer ermöglicht, sehr ruhig und sehr schonungsvoll zu fahren. So wie wir es hier schon ganz schön sehen. So wie wir es hier schon sehr ganz schön sehen. Wir erreichen bis zu 75 Prozent, je nach Maschinengröße und Maschinenkettengröße, weniger Vibrationen, was auch oben beim Fahrer ankommt. So wie wir es hier schon sehen.